Zeit für eine Runde Pokémon! Flap, 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 flap. Yay, ein neues Pokémon-Abenteuer. Und man kann sitzen. Hallöchen, Mutti. Label mich nicht voll, geh da raus und werde Pokémon-Meister. Wollt ihr in so eine Scheiße? Okay, alles klar. Hey du, wir sind deine neuen Nachbarn und... Ist mir scheißegal, wie ihr seid, ich reite gerade auf einem Rihorn. Und jetzt spannende Abenteuer auf Route 1. Das sind doch höchstens zwei Meter Fußweg. Ohne hohes Gras. Wer von euch Vollidioten soll mir hier mein Starter-Pokémon geben? Das wäre dann wohl ich. Ich habe von Professor drei Starter-Pokémon bekommen. Und jedem von euch möchte ich eins geben. Ich mag tanzen. Wieso behältst du Vollidioten nicht alle drei für dich selber? Tanzen ist total behindert. Ich will ein Shigi. Die Starter-Pokémon der ersten Generation gibt es erst später beim Professor. Ich habe hier die neueste Generation der Starter-Pokémon. Ich habe ein Things und ein... Ich habe gesagt, ich will ein Shigi. Willkommen im Team. Deine Aufgabe wird es sein, Shigi vom Feldrand aus anzufeuern. Things. Things. Ja, ist mir scheißegal, wie du heißt. Ah, Illuma City. Hier werde ich mein Shigi bekommen. Am besten erstmal speichern. Das ist mir scheißegal, wie du heißt. Das ist mir scheißegal, wie du heißt. Vielen Dank.